Hallöchen, hier ist der Schotte! So mein lieber Matti, vielen Dank für deine Bananen-Nominierung. Banane, ich meine, du kennst mich ja, Bananen hab ich normalerweise nix am Hut, aber extra für dich hier, meine Art Bananen zu essen. Ich hab mir jetzt mal ein Crepes gekauft, hier auf dem Mittelaltermarkt, Banane-Nutella. So ess ich dann mal Banane. Wer jetzt gedacht hat, hier kommt ein riesengroßes Hyper-Dyper-Video. Schmeckt unheimlich lecker so mit Nutella, erinnert mich ein bisschen an einen Bananen-Split. Es hat ja mal gehissen, ich soll drei Leute nominieren. Ich hätte unseren Ludio92 von GACCOM.de, der darf gerne mal eine Banane verspachteln. Und, ähm, ja, ansonsten fällt mir momentan leider keiner ein, den ich irgendwie so, ähm, ranziehen könnte. Doch, Bierrock MC, der darf auch mal eine Banane verspeisen. Unser kleiner Hofner. Bin immer gespannt, was ihr draus macht. Und bis dahin, tschü tschü, ich esse meine restliche Banane hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik Klap your hands, let it roar! Mouse Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich kann es dann in einem der nächsten Videos natürlich berichtigen. Und mir ganz wichtig, teilen, teilen, teilen. Teilt bitte die Videos, dann haben wir Leute die Videos gesehen. Und wir haben unseren Spaß. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos.